UNTERTITELUNG Es braucht Kraft, die Konzentration, um etwas zu gewinnen, von was man eigentlich Angst hat. Ich bin froh, ich freue mich. Tschüss! Ich liebe dich! Der Sturz war eigentlich ein sehr kleiner Fehler. Er hätte sterben können. Das ist eine Gratwanderung. Er hat einen Schlag, dann passt nicht mehr nachdenken über die nächsten Meter, weil da denkst du nachher nicht mehr nach. Hoffentlich geht das gut aus. UNTERTITELUNG 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 Streif. One hell of a right. Ab 25. Dezember. Im Kino.